. Okay, wie viel hab ich denn hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf! Ich muss ja schon von Anfang an mit Bedacht wählen. Das Beste kommt zum Schluss. Wenn ich das auch das Beste zum Schluss aufhebe, wenn ich dann keine mehr von den elf habe, dann hab ich den Salat. Das wär schon der Hammer, hier seine Traumfrau kennenzulernen. Ich bin aufgeregt.